Beatrice Egli, geheimes Projekt angekündigt. Was plant sie? Beatrice Egli ist eine Powerfrau, mitten in ihrer volles Risiko XXL-Tour dreht sie mal eben nebenbei noch die neue Staffel der SDS und kündigt zusätzlich noch ein Geheimprojekt an. Wenn wir es nicht besser wüssten, würden wir denken, der Tag bei Beatrice Egli hat mehr als 24 Stunden. Die Schweizer Sängerin ist derzeit sehr umtriebig. Eine Tour ist ja an sich schon ein Mammutprojekt und nun hat sie im Interview mit der AZ verraten, was sie noch so plant. Ich fange nach meiner Tournee an neue Musik zu schreiben, plane meine nächste TV-Show im Herbst, freue mich auf der SDS und spiele auch viele Open-Rs in diesem Sommer. Ein straffes Programm. Dabei wollte Beatrice Egli doch ein wenig kürzer treten. Beatrice Egli, geheimes Live-Projekt? Doch bevor sich Beatrice zurückzieht, plant sie offenbar noch ein geheimes Projekt. Und es scheint etwas mit ihren Live-Auftritten zu tun zu haben. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen können auch mehrere Konzerte hintereinander am selben Ort zu spielen, betont sie, dass Howard Carpendale ihr erzählt habe, wie toll das für ihn war und so kam sie offenbar auf eine Idee. Ich habe da in diesem Jahr in der Richtung auch noch ein Projekt in Planung, darf dazu aber noch nichts Konkretes verraten. Ob es sich um weitere Live-Auftritte handelt, vielleicht in ihrer Heimat? Oder um ein neues TV-Projekt, hat sie nicht verraten. Warten wir es also einfach ab.